BAK Soll ich jetzt nicht böse sein, aber seid ihr eigentlich ein bisschen dumm? Nein, nur unkooperativ Ein bisschen Ein bisschen? Ein bisschen Ups Ein bisschen Sind die geschützt oder was? Ich meine gegen... Weil ich kann die nicht treffen Die so mit der glützenden Panzerung meine ich Nein wie ehrlich, jetzt eine Panzerung klingt für mich ein wenig nach Schutz Na Ja, aber heißt ja nicht, dass es die gegen Magie geschützt werden müssten Ja, ich hab einer soll Ach, der Boss ist schon tot Okay Ja, ja Strahlen kreuzen Hier Simon, nicht ins Feuer laufen Oh, tut mir leid Ja Ich war das nicht diesmal Stimm dich aber noch mal ein Blitz Ups Wieso bleib ich immer in den Stall stecken? Schnell zur Richtung, einmal zur Richtung Ja genau Zunächtet 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 Ja genau Zunächtet Zunächtet ganz einfach selbstgemachtes TNT Ups, Entschuldigung ich will haste ich dir manchmal dann Castig ein Speller nehmen Oh, ich geh anscheinend ne andere Richtung Geht so aus Nein, schalte Okay, hier gibt's irgendwas Aber hier gibt's aber auch noch Gegner Ja, da kann man außen rum gehen Also Ey, ach, ich bin jetzt runtergefallen, fällt mir ganz auf Ach du Scheiße Hilfe Stirb einfach Niemals Sorry, Simon Ja, dann komm ich auch runter Die macht man Ach so, macht man Okay Oh So viel Tote und Vernichtung hier überall Alter, dieser Boss, der kotzt mich an ey Oh Hoch Hoch Nun ja Eine Glanzleistung ist was anderes Habt ihr's geschafft oder nicht oder was? Noch nicht Noch nicht, aber bald Erstmal wieviel Dampf garen Oder auch nicht Stirb doch endlich Ich Ups Okay, das war ein bisschen Ich komme Ahm Boot Brenne Brenne Wow Genau gleichzeitig Gibt's rechts noch was? Hö Hö Was ist ein Schalter? Damit mir eben hier rauskommen Wahrscheinlich Ich bin so lahmarsch Ich bin so lahmarsch ey Markus ist nicht das höllste Markus ist nicht das höllste Die Kack-Tampler-Rustung bringt gar nichts Oh Sie bräuchten Zeiten er aufgeschwörten Wieder nütze Mehr Tietris Fragmente von mir als als andere Ja, ich hab den Kontrollpunkt back Kabinett Dann komm' wir hoch Ich Alles normal da oben ist auch eine brücke oder so ich habe es wieder hoch und er geht so endlich drüben ist er nicht tot ich bin effektiv nicht gut in sowas ich glaube wir müssen weil da oben war die brücke und ich komme nicht durch ich habe mich eingesperrt ich kann sich nicht bewegen du musst kurz nach unten kommen weiter ok jetzt gehts sauber die brücke schulter oben oben wahrscheinlich kommen sie an auf das geknabbert auf das ist der perfekte kreuzung der strahlen auf toll ich bring mich mal um komm ich helfe dir dabei jetzt habe ich halt meinen schönen stab verloren schade 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 ach komm der hat jetzt ihnen keinen schaden gemacht dankeschön da ist ein boss ja und äh heige alter war ein scherzer schade Simon töte dich in der Zeit kreuzten wir dich dran iiiiiaaaa komm auf 3 müssen wir auf ihn los oh ich bin das hat eigentlich ganz schön eingehaut nochmal Feuer Ja. Falsche Richtung. Ja. Geil. Ich sterben. Ja. Toll. Wieder unten. Ne cool danke. Nein. Er ist oben. Mein Stab hat ihn oben gefetzt. Let's please. Checkpoint. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist lila. Tesla Stab. Tesla. Hmm. Mal gucken. Nichts. Kein Effekt, aber... Ah, die Viecher mit Glänzen nach Rüstung muss man für sich angreifen. Nein, die kann man auch so angreifen. Also mir geht es bisher nicht. Ja. Ah, siehst du? Zauberwirken auch, aber nicht jeder zauber irgendwie. Aus weg. Ich hab trotzdem noch gestorben. Ein... Alrons wispern. Yay, Checkpoint. Ja okay, das war nur die Abkürzung. Oh, hier liegt etwas. Das ich haben will. Tut mir leid, nimm das. Ich wusste nicht, dass ich eine aktive Fähigkeit habe. Ach komm, jetzt lass mich doch das scheiß Schwert nehmen. Was ist das? Donnerklingel? Cool. Donnerklingel. Boah. Blütspäßig ist nicht geil, seit ich mein Tesla starb. Ach komm, jetzt bin ich schon wieder verreckt. Und was... Und was kommt an dein Stab? Äh, Alrons wispern, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man den aktiviert. Äh, mit einem Monsterster? Ne, ich hab das umge... keybindet. Ich hab... Müsste trotzdem gehen eigentlich. Ach ne. Der hat keine aktive. Ne, okay. Nur mein Stab. Jetzt... Es tut mir leid, ich weiß nicht. Die gehen automatisch wohl wahrscheinlich auf euch. Die suchen sich automatisch ein Ziel. Da kann ich nichts fehlen. Ich benutze es jetzt nicht mehr, komm. Hoch. Oh, ich wollte so zu trümmert. Ja, äh, Moment. Ja, genau. Auch ein bisschen Erholung. Nein, nicht für mich. Lauft. Lauft. Ich bin ja von unten auf am Hochpullen. 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 Ow, morgens! Das ist geschlappt! Nein, nein! mal einfach zunichtung wie macht man das nochmal? SE da und dann gibt es den Damage wenn die sind so dumme Zertrümmer, da war die Steine bad taste 150 ist das so ein nahezu gutes Zähler? was? dieses bad taste achievement weißt du das irgendwer? ne ich glaub das ist töten oder? ja das könnte sein ich fette das ein weg da die kommt das sowieso nicht durch mit denen fette ich nochmal einen nicht töten ach Gott ah die sind dann tot so da oben ist noch ein anderer voll auf mich wir sollten trotzdem hier unten lang gehen ach ja wieder raus und wieder hoch ja wir können hier lang abkürzen ja du bist so superschnell ich bin sogar zu fett da gab es nur so Stabstäbe ja toll nein aber wieso sind die unsere doch da hinten ist ne Gammel dann ist ne Donnerklänge das seh ich und hier ist nur Mist scheiß drauf aber der Testerstab war so geil kann ich mal bitte durch ne Testerstab oh cool damit heilig Simon ja ich auch guck mal geh mal weg bitte sonst stirbst du nochmal guck mal ich auch ja das tötet mich das halt mich nicht ja einmal zur Lichtung gut gemacht das Dankeschön nur sicher gehen dass du mein Stab nicht getausst wieso bist du wieder tot ich weiß es nicht wenn ich deine gegen mich sind wahrscheinlich achso Ufi ähm nö was ein Fahrer ein Fahrerstander wie jeder andere achso das muss dann genauso wie mit dem Pferden sein ja da gehts nicht lang ne das ist nur ein Käfig Pots Blitz das nebending oder wie wie genau da wo Mark grad ist dann viel Spaß beim umbringen ja wow jetzt geht das auf weil Logik und so Schalterwitzel sind echt toll ja hey die Magier überschneiden sich ja die zuerst alle überschneiden sich ok der nicht der nicht das sind so viele ja daneben super und der hat sein Freund der Trügel lauf lauf schnell sie mal lauf oh das war's ja ich lebe he ja das aufs Wort genau die Strahlenkreuzen Boah, das war geil. Und nochmal. Ups. Wir hatten so einiges aus. Ups. Nein, 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 nein. Entschuldige, ich wollte Markus nicht. Autsch. Ah. Am Freak. Der Fortsch. Und geht immer auf mich. Verwischt. Muhaha. Muhaha. Jetzt kommen die anderen natürlich. Ich und Simon schwitzen. Weinen wir ertroffen. Wir weinen. Mischt euch ja nicht ein. Okay. Nein, der Tesla starb. Was soll ein Tesla starb? Profunde Story. Okay. Ich war schwek. Ich bin für mich. Wir haben dich. Ich war die Hände. Ich hatte mich nicht. Ich war die Gäste. Ich war die Bede. Oh, mein Gott. De Ring-O-Dang, Mang-O-Wang-Wang-Krankesmash-Havinder. Über ein neuesCharriere. Der war springen-macht-Krichsmen. Und du helpte Sitten Biddy. Ich bin der Nutzung. Das Blut, das Blut du hast in dir! Du BX! Kann! Captain! Kann! Tid of a Korps! We spot some for Havinder! Neat! Deliver by Dunyhander! Blut du Kann! As always! Wir müssen mir die Drecke zusammen machen. Helden im Armantel! Jawoll! Mhm. Du wirst mich verarschen, wie einfach ist denn der? Zu einfach! Und tot! Wir sind immer nur zu gut deswegen. Nur verlust mein Achel ist für Asa. Jaaaa... Das ist nicht untypisch. Grimler! Sobald der Mann auf die Milch und Flügel! Nichts Narken beim die Dörren klemmt! Da wär ich wieder, nachdem ich kurz weg war. Hab ich was Wichtiges verpasst? Ja! Du hast verpasst, dass Karns Achillespferd sein Blutverlust ist. Und er jetzt, äh... Mikrisch danach gestorben ist. Genau. Achievement get! Karn! Mhm. Thomas Vlad wieder da aus dem Nichts. Komm, den hauen wir jetzt auch mal aufs Maul. Somit ist nicht der Mann. Ja, der Mann! Komm, das ist ein Versuch! Komm, den Hörer ist, wie du jetzt! Komm! 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 Wenn was in das Klami ist, ist dir wichtig. Nun, GO! Und wozu das BRAH? Okay. Okay. Sieg! Sieg! Ja, Sieg. Okay. Nun, da der Kriegsherkan tot und grimm des grausiger Planen entlarvt war, verwies der weise und fesche Plagen Zauberer... Das ist ja auch schon weise und fesch. Anstatt auf den Rest der Armee zu warten, sollten Sie sich unverzüglich aufmachen und den mächtigsten Hexenmeister im Weltengedächtnis im Alleingang erlegen. Gut. Ja, zu dreimal Lager. Ja. So. Ich glaube, das war's dann aber auch. Ja. Jupp. Wie ist er jetzt durch, oder wie? Jo. Boah. Hast du aufgehört? Nein, noch nicht. Naja, dann mal Tschüss und so. Jo. Jo. Das war voll verplant. Bis zum nächsten Mal. Genau. Das war's da war. Disson